Ich möchte mich bei Herrn Prof. Frey sehr herzlich für die Einladung bedanken, hier im Rahmen des Bruckner Fest mit der Moskauer Kammeroper auftreten zu dürfen. Es ist eine außerordentliche Ehre für mich, in Linz gestehen zu dürfen. Die wunderbare Stadt Linz begrüßt uns mit so traumhaftem Wetter schon ein zweites Mal. Ich freue mich sehr, hier zu sein. 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 Lass der Vater, rinz der dörren Wörter, dörren Hörlack. Aus der frischen Arten, kater Wörter blöde, rinz der dörren Schör, der dörren Scheinwörter, Der Ferdinand, der Ferdinand, der Ferdinand ist, und ganz und unheilig.